Was ist wichtig, um einen gesunden Gang zu entwickeln oder Rückenproblemen vorzubeugen? Viele sagen, dass Barfußlaufen wirklich gesund ist. Aber sollten wir tatsächlich keine Schuhe mehr tragen? Ich und mein Team haben untersucht, was passiert, wenn sich Menschen mit oder ohne Schuhe bewegen. Das Laufen ohne Schuhe gilt als das natürlichere Laufen und kann Vorteile für das Gleichgewichtsempfinden haben, für unser Gangmuster oder auch für unsere Muskeln, gerade in den Unterschenkeln. Es gibt jedoch auch Verletzungsrisiken, die für die Nutzung fester Schuhe sprechen. Wir haben unter anderem mehr als 500 barfußlaufende Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren in Südafrika hinsichtlich der Fußstruktur, dem Springen, Sprinten und der Gleichgewichtskontrolle beobachtet. Dann haben wir diese Ergebnisse der Beobachtung mit der gleichen Anzahl an Kindern im selben Alter in Deutschland verglichen, die überwiegend Schuhe trugen. Das Ergebnis zeigte, dass die barfußlaufenden Kinder bei nahezu allen Aufgaben, motorischen Aufgaben und Kenngrößen, Vorteile zeigten. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Ergebnissen anderer Studien. Die zeigten, dass überwiegend barfußlebende Menschen im Durchschnitt breitere Füße haben, ein höheres Fußgewölbe haben und somit weniger häufig zu Plattfüßen tendieren. Eine mögliche Ursache liegt in der festen Struktur von Schuhen, die oft die Bewegungsfreiheit von Muskeln und Zehen einschränkt und somit auch Fußfehlstellung begünstigen kann. Hinsichtlich der Laufmuster kann man beobachten, dass Schuhläufer häufiger mit der Ferse und kräftiger auftreten. Das wiederum führt zu einer höheren Belastung der Gelenke und der Wirbelsäule. Beim Barfußlaufen landen wir häufiger auf dem Vorfuß, um die Kräfte beim Fußaufsatz besser absorbieren zu können. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Muskulatur und die Gelenke aus. Es stimmt also, Barfußlaufen gilt tatsächlich als die gesündere Variante des Laufens. Aber Achtung, die Verletzungsgefahr kann gerade bei einem abrupten Wechsel in das Barfußlaufen steigen. Ein guter Zwischenweg ist die Nutzung von sogenannten minimalistischen oder barfußähnlichen Schuhen, die eine vergleichbare Wirkung wie das Barfußlaufen haben, aber trotzdem noch einen gewissen Schutz bieten können.